Meine Damen und Herren, verehrte Freunde, es eröffnet die Sitzung am Donnerstag der letzten Plenarwoche. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Wir haben noch zu behandeln die Punkte 6 bis 29, 33 bis 36, 38, 40 bis 59, 61 bis 91, 93 und 94. Das ist noch eingegangen und verteilt. Dringlicher Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Evaluationsergebnisse als Basis für die Entscheidung über die Weiterentwicklung Flughafens Kassel-Calden, Drucksache 19, 5775. Dringlichkeit wird bejaht. Dann ist das Tagesordnungspunkt 95. Das kann mit Tagesordnungspunkt 75 zum Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen. Dringlicher Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Extremismusprävention sichern. Drucksache 19, 5776. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Der Tagesordnungspunkt 96 kann mit Tagesordnungspunkt 87 aufgerufen werden. Wir tagen heute mit offenem Ende. Denken Sie daran, bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit der Abstimmung der Einzelpläne und den dazu aufgerufenen Tagesordnungspunkten und der Abstimmung der zweiten Lesung des Haushaltsgesetzes. Danach stimmen wir die Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Dann gibt es den Wunsch der SPD, dass die Petition § 3377 aus § 19 getrennt abgestimmt wird, sowie die Beschlussempfehlung ohne Aussprache. Dann geht es mit den Setzpunkten weiter. Die folgende Frage ist laut Vereinbarung der Fraktionen. Wir bekommen es schon hin. 82 und dann 75. Es fehlen heute entschuldigt der Herr Ministerpräsident ab 15 Uhr, die Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig, der Herr Staatsminister Al-Wazir ab 14.15 Uhr. Zu Beginn der Mittagspause kommt der Ältestenrat in Sitzungsraum 100 a zusammen. Im Anschluss an die Plenarsitzung tagen sowohl der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Sitzungsraum 510 W als auch der Innenausschuss in Sitzungsraum 204 M. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, eine kurze Bilanz zum Fußball unserer Landtagself in diesem Jahr. Zuvor will ich allerdings sagen, dass wir noch einmal alle unserer Frankfurter Eintracht zum Sieg in Hamburg gratulieren. Wir gratulieren natürlich auch unseren Bayern zur Herbstmeisterschaft. Bitte doch. Ja, wir sind doch neutral. Jaja, es gibt einige, die sich öffentlich bekennen. Die Zahl der Bekenner ist intern größer. Ich kann von den erfolgreichen Bayern direkt zu unserer Landtagself überleiten. Es war eine äußerst erfolgreiche Saison. Wir hatten in den sechs Spielen fünf Niederlagen und haben aber einmal gewonnen, bei einem Torverhältnis von 23 zu 24. Die Niederlagen waren alle nicht erwähnenswert. Aber der Sieg am 30.08. mit 14 zu 3 ist ein historischer Sieg gegen die Stadtverordneten aus Kassel. Das überblendet natürlich alle Niederlagen. So gesehen kann man sagen, es war fast die erfolgreichste Saison unserer Landtagsmannschaft, die wir je hatten. Meine Damen und Herren, da gilt natürlich der Dankwitter, der das alles mitertragen muss. Das ist unser Freund, der Teamchef Wolfgang Decker. Du machst das großartig. Ich sage immer wieder, seitdem du die Verantwortung übernommen hast und der Günter Rudolph sich etwas zurückgezogen hat, geht es aufwärts. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wolfgang, ich komme her, ich darf dir ein kleines Präsent überreichen mit dem herzlichen Wunsch, dass es nächstes Jahr zwar nicht so weitergeht, aber wieder ein bisschen aufwärts. Alles Gute und Glück auf unserer Mannschaft. Bitte sehr. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Meine Damen und Herren, noch ist unser Teamchef im Amt. Deshalb darf er das Wort ergreifen. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin zutiefst ergriffen, weil die Kommentatorenleistungen unseres Präsidenten in aller Regel über dem Leistungsvermögen der Landtags-Elf nicht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich will dem Hohen Haus versichern, jedes Mal, wenn wir die Stiefel geschnürt haben und auf dem grünen Rasen standen, fühlten wir uns vom Geist des Hauses beflügelt. Das war in der einen Saison ein bisschen mehr, in der anderen weniger. Wir gelogen Besserung. Ich bedanke mich herzlich für eure Rückendeckung. Danke schön. Der Fuß geht an meine Mannschaft. Vielen Dank. Wolfgang Greilich, vielen Dank.